Also, wie viel zu spät war Bobby Fischer in der ersten Partie? Neun Minuten! Oh! Naja, kann ja mal passieren, oder? Kommen wir zur nächsten Frage. Heute geht es wieder um etwas Schreckliches. Ihr habt es gehasst und ihr werdet es wieder hassen. Dennoch frage ich euch trotzdem ein weiteres Mal. Wie viele Bauern schlug denn Fischer gegen Spassky in diesem WM-Match insgesamt? Ach! 81, 87, 93 oder 99 Bauern.